Schönen guten Tag, willkommen zur letzten Folge der Woche, Tevin Masters, Tevin Master, ohne S hinten. Und wir sind jetzt auch ein Hotel und nicht nur noch eine Taverne. So, Stufe 4, erreicht. Also was das eine betrifft. Nee, Stufe 3, Käse. 2,19%. Oh, 1% immer noch auf königlich. Das ist wenig. So, wir können schon mal ein, das ist verkehrt, ein Event für morgen planen. Und zwar brauchen wir noch, wie viele Goldene? 89. Oh, Entschuldigung, hier hin. Das können wir nicht machen, weil uns das Rezept plus das da fehlt. Gut, dann ist die Wahl getroffen. Was ist denn hier los? Warum seid ihr sauer? Weil das Bett unordentlich war? What? Wat, 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 wat? Ah, ja. Nee, warte mal. Weil das Bett unordentlich war. So, okay, das mache ich mal als erstes. Reinigung. Ah, es gibt Hotel. Stimmt. Ah, kann ich jemanden anheuern? Eine speziell für Hotel. Trinkgeld für jedes servietes Essen? Nee. Für jedes servietes Getränk. Stimmung sinkt jeden Tag zusammen. Dann zieht ihr mal Kunden an. Ey, Trinkgeld für jedes servierte Essen. So, dann ziehen wir nämlich eine vom Essen ab. Tamara kann achten... Ja, hier zum Beispiel. Die ist richtig unwichtig. Wow. Un, un. Ähm. Du machst bitte nur Hotel. Ja, du baust auch nur... Hallo? Okay. Eins und zwei. Ähm. Genau. Du machst nur Hotel. Und du machst bitte nur Essen. Hab ich vergessen, was das zweite war bei Essen. Getränke. So, warte mal. Sortiert sich das? Nee, kann ich das sortieren? Auch nicht. So, das passt aber. So, Tamara macht nur Hotel. Sammelt Erfahrung. Das ist gut. Die Stimmung wird durch Reinigung nicht beeinflusst. Okay. Warte mal, was war das andere? Kann acht Getränke tragen. Kann acht Getränke tragen. Zum Glück macht es die Reinigung. Gut. Dann ändern wir das hier auch nochmal. Das stimmt ja auch vorn und hinten nicht. Warte mal, also du kannst acht Getränke tragen. Dann machst du... Das... Oh, ich bin so verwirrt gerade. Warte mal, wir machen das hier alles mal ganz kurz weg. Ich sortiere das jetzt mal alles neu. So, alles weg, alles weg. Ich hoffe, jetzt passt das. Okay. Also, Maria. Okay, dann machst du Getränke. Reinigung. Nee, warte mal. Getränke, Essen. Lauren. Die ist unwichtig. Die macht... Na, die macht Hotel und Reinigung. Rosaline. Getränke. Essen. Äh... Essen. Getränke. Tamara. Getränke. Essen. Kann acht. Trinkgeld für jedes... Okay, die wäre tatsächlich sogar uninteressant. Du musst unbedingt Reinigung machen und Hotel. Warte mal. Ja, doch, das passt. Und jetzt bräuchte ich nur eine mit Essen. Ja, super. Super, super, super. Warte mal, dann... Sie hier. Judy. Rausschmeißen. Hier, einstellen. Judy. Feuern. Ja, ja, alles gut. So, Essen. Neu sortieren. Tret Getränke. Das ist tatsächlich unwichtig. Tret Getränke. Ja, okay, das geht zwar aber nicht anders. Tret Getränke. So, ähm... Man, das ist ja alles neu sortiert. Jetzt kann das sein. Essen. Das passt. Du machst auch Essen. Du gehst auf das. Weil, wie gesagt, Getränke tragen braucht ihr nicht mehr. Ach, das ist ja perfekt, Alter. Tamara Getränke tragen, das ist okay. Ja. Hotel. Das kann man auch mal umbauen. Ja, Treppensteigen brauchst du eigentlich gar nicht, aber egal. Und du stimmst auch. Okay, dann ist das jetzt alles neu verteilt. Sehr gut. Barkeeper. Gibt's hier Spezialisten eigentlich? Nee, ne? Köcher. Was haben denn die eigentlich hier für Level? Gib mal hier den Koch zum Beispiel. Stufe 6. Und wobei, der muss nur nachspeisen können. Ja, okay. Selbst ab Stufe 5. Nee, ab Stufe 4 ist schon. Alles genau da, wo ich's gern hätte. So, Dessert, Nachspeise. Stimmt. Suppe, Suppe. Stimmt. Gibt es bei Köchen eigentlich noch? Gibt mal hier. Für jede servierte Suppe. Wo sind der Suppenmann? Hier. Ach so, okay. Der kriegt genau das gleiche. Für jedes Hauptgericht. Okay. Den hab ich überhaupt noch gar nicht gemacht. Und Nachspeise. So, muss der schon mal aussehen. Okay, ich hab sogar alles schon die richtigen... Okay. Ja, darf ich mich nicht beschweren. Sehr gut. So, kann... Stimmung sinkt jeden Tag 20% langsamer. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Also, welche... Welche Stimmung da sinkt. Ja, unwichtig, 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 unwichtig. Ja, gut, unwichtig. Okay. Dann haben wir jetzt alle mal neu durchsortiert. Oh, ganz kurz noch die Preise hier. Marione wird immer weniger. Oh Gott. Ja, das ist das Problem, wenn man schon von vornherein besser... bessere Leute quasi anstellt. Also, höher gebildete. Die krieg ich, glaub ich, so schnell nicht runter. Das könnte schwierig werden. Oh. Ja. So, gut, ihr bleibt dabei. Lilly will sogar noch mehr Geld. Geiz-Hell-Sinn. Gut. Wir haben neues Personal. Nein, Preise ändern nicht. Das hier. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um das Otel. Also, wir haben jetzt jemanden, der reinigt. Das ist schon mal gut. Dann machen wir schnell noch das dritte Zimmer. Ja, ja, alles gut. Ähm... Ich seh's nicht. So, müsste es sein. Und ein... Pflänzchen. Okay, das ist ein bisschen klein. Ne, warte da. Gut, da sind die Dinger immer. in der Wand. Egal. So, ein bisschen Geld haben wir noch. Dann können wir auch mal Teppiche holen. Für 100. Wie hab ich das gebaut? Ah ja, okay. So. Schön. So, nächsten Tag. Ach, ein Dieb. Erfolgreich verteidigt. Okay, hier bin ich gespannt. Fehlschlag. Schade. Brauchen wir irgendwas dringend? Ja, wir brauchen ganz dringend Erbsen. Warte mal, kann man nicht hier... Oder so machen. Geld haben wir dafür noch. Ähm, dann sparen wir ganz kurz nochmal ein bisschen an. Ach, wir haben heute das Sonderevent. Stimmt. 2000, geil. Ähm... Ähm... Ja, aber ich weiß nicht, ob ich eine Küche brauche. Also das Erste, was wir machen, ist die kleine Hotelmöbel-Kollektion. Das würde bedeuten, wir machen morgen gleich das nächste Event. Wieso kann ich morgen kein Event machen? Okay. Geht das am 30. wieder? Oh, Irtburn. WTF? Wie brauche ich denn überhaupt 200? Ja, ich muss auf jeden Fall Irtbeeren sammeln. Öh, die Birdies. Öh, die Birdies. Okay. Essen? Weiß ich gar nicht. Was essen die denn eigentlich? An diesen besagten Tage. Grüner Erbseneintopf. Ah ja, okay. Man kriegt ja eigentlich die nächsten Essen. Hier, 260. Mehr als 3000 an einem Tag aus. Na, das wird schwer. Bin hier noch 100 seltene Kunden. Das kriegen wir hin. Okay, Preis geht gut nach oben. Äh, Preis. Hier, der Geldbeutel, meine ich. So, dann müssen wir auch gleich die Forschung erledigt haben. Ähm, hier haben wir aber keinen Zeitdruck. Also, wenn die Forschung fertig ist, dann... Reicht das überhaupt? Oh, es reicht gar nicht. Stimmt. Stimmt, äh, Toleranz von... Ja, achten, okay. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Tja, was machen wir jetzt noch? Dekoration wird ja von uns noch so ein bisschen verlangt. Warte mal, wir füllen das mal ganz kurz auf. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen auf Dekorationen. Zum Beispiel hier so einen kleinen... ...ne kleine Statuette. Wie viel Geld haben wir? Das passt doch perfekt, wenn ich die hier instelle. So, was haben wir denn noch? Wappen... Hier so ein Becher, Tassen an der Wand. Ah, das können wir auch noch mal machen. Wobei, was ist denn? Warte mal. Wenn wir das hier anders rumbauen. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Ups. Das gefällt mir schon mal besser. Ganz ehrlich, und dann schmeiß ich die Dinger doch in die Ecke. So, der hängt schön mit dem Kopf im Gemüse, aber egal. Das sieht auch richtig schade aus. Dann könnten wir theoretisch hier ein bisschen Platz dazwischen machen. Aber ist egal. Lassen wir jetzt einfach so. So, die Bühne würde ich gerne hier hinsetzen. Obwohl, die bleibt hier stehen. Wieso, keine... Ja. Hm, ich weiß nicht, wie rum das am schönsten wäre. Was ist denn, wenn wir das so bauen? Das sieht scheiße aus. Aber so können wir es bauen. Und dann lassen wir hier noch mal was runterhängen. So könnte ich mir das Ganze vorstellen. So, hier kommt dann auch noch mal das Ding hin. Hallo? Und hier können wir dann auch noch mal eine Rieger, Tische und Stühle setzen. So, sehr gut. Das gefällt mir. Wobei ich hier... Weiß ich noch nicht. Ja, ich würde aber das Ganze trotzdem so lassen. So, Dekoration, fertig. Geld ausgegeben, fertig. Cool. So, nächsten Tag. So, wer macht jetzt die Zimmer sauber? Da. Ah, okay. Okay, fertig. Okay, das ist natürlich jetzt super schnell gemacht. Wo sind die mit dem Hotel? Achso, dann reinigt es ja. Stimmt. Ja, das passt doch. Das gefällt mir übrigens nicht. Dass die Leute durch den Zaun gehen. Ich müsste übrigens noch eine anstellen. Warte mal, wir haben jetzt drei Getränke, aber nur zwei Essen. Ich höre mal noch eine an, die Getränke macht. Äh, die Essen macht. Getränk. Getränk. Hier, ihr das Essen. Mathilda. Der ist auch Mathilde. Mathilda. Na gut, dann die Mathilda Sisters. Halt. So. Gehalt geht ein bisschen runter. Gut, dann haben wir drei mit Essen. Achso, was ich noch machen wollte. Man konnte doch hier, äh, so eine Startposition aussuchen, oder? Was ist denn das hier? Nee, Platz für den Kellner will ich nicht. Wobei doch. Das machen wir aber mal, wenn der Tag vorbei ist. Dann positioniere ich die nochmal neu. So, verdiene 4-4. Serviere den ganzen Tag lang nur Desserts. Frederic, Level 7. Alter. Okay, jetzt wollte ich hier wieder richtig Asche. Ja, na klar, Landlauf, ne? Hast du ja zu wenig Geld, was du verdienst. Ja, das ist ja zu wenig Geld, was du verdienst. Loreen. Okay, ohne genügsamer geworden. Marione auch. Tamera nicht. Rosaline. Loren. Maria. 640. Naja. Ich muss tatsächlich auf Erdbeeren gehen. Für das Event. Ansehen übrigens, 11.000 mittlerweile. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. 11.000. So, 2000 plus gemacht. Keine verärgerten Kunden. 131. Naja. Aber wir fehlen eigentlich hier noch. Fünf. So, jetzt will ich mal ganz kurz das Personal versetzen. Jetzt würde ich gerne wissen, wie die heißen. Ah. Loren. Okay, die hat ein lilanes Stirnband. Und Marione auch. Dunkle Haare, lilanes Stirnband. So, jetzt sehen die alle gleich aus. Na, die haben ja alle ein lilanes Stirnband. Kann ich die nicht irgendwie ein bisschen anders markieren? Also Maria ist die einzige, die kein lilanes Stirnband hat. Wer wirbelt denn hier eigentlich noch umher? Ach, die räumen hier immer noch auf. Ah, ich kann draufklicken. Sehr gut. So, das ist Marione. Warte mal, die können wir schon mal gleich nehmen. Geht's jetzt hoch? Essen. Essen. Okay, die stehen schon mal alle verkehrt. Getränke. Hier, Hotel. Die brauche ich. Okay. Okay. So, du bist Getränke. Du stehst richtig. Getränke stehst richtig. Du bist Essen. Du bist Getränke. So, dann dürfte es jetzt theoretisch stimmen. Essen. Essen. Okay, jetzt passt es. Sehr gut. Gut, dann ist der Tag vorbei und auch die Woche und auch die Folge. Wir sehen uns Montag wieder. Bisschen machen wir noch Tavern Master. Haben wir noch einiges, was wir sehen können, müssen und sollen. Und dann, ja, werden wir unser Hotel weiter ausbauen. Also, in der Hoffnung, dass das relativ schnell geht mit dem kleinen Hotelmöbelchen. Ja, neue Etage. Das kommt mir auch gelegen. Und gut, dann kriegen wir noch mal ein paar andere Sachen. Eine Küche. Weiß ich gar nicht, ob ich eine zweite Küche jeweils bauen werde. Ja, und dann hier noch so ein paar Spielereien. Spiele unter anderem auch. 5000. Schön. Das ist ja doch noch ein bisschen, was wir machen können, ne? Gut, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Dass ihr dabei wart in dieser Woche. Wir sehen uns am Montag. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Und kommt gut durch die Tage. Erholt euch. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.